Wie ist die Funktion von Frame Erweiterung? Wie Sie aber sehen, ist hier unten leider die Audiospur mitzerschnitten. Das ist natürlich unglücklich, wenn mitten im Satz das Wort aufhört und das dann weitergeht. Das hört sich bescheuert an. Also mache ich das Ganze rückgängig über STRG Z und bevor ich jetzt ein Frame erweitere, mache ich einen Rechtsklick und wähle Video und Audio trennen. Dann habe ich mein Video auf einer separaten Spur und mein Audio hier oben auch auf einer separaten Spur. Und jetzt kann ich einfach hier den Frame erweitern, ändern, Frame erweitern, wähle hier meine drei Sekunden und bestätige mit OK. Natürlich ist mein Video jetzt hinten länger als mein Audio-Teil. Das kann ich aber einfach lösen, weil ich mir hier eine Stelle suche, wo ich nichts spreche, dort das Video zerteile mit diesem Werkzeug hier oder mit der Taste S. Und dann schiebe ich das einfach den Audio-Teil so, bis er hinten an derselben Stelle endet wie der Video-Teil. Dann habe ich zwar hier eine Pause mit gar keinem Ton, aber das ist immer noch besser, als wenn ich vorher mein Video mitten in einem Satz zerschneide. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!